Und die nächste Tanki, die Tanki Nummer 70, die ist wiederum mit 8 Tönen, auch hier wieder ein kleines Klangbeispiel. Ja, die andere Seite, wiederum, wie schon gesagt, die Tanki haben immer zwei Seiten und ich höre auch immer drauf, wie die Tanki gebaut werden möchte. Hier sieht man die Dadi wollte nicht, dass ich die Schnitte hier noch wegschleife. Manchmal kommt das vor. Das war eine etwas ungewöhnliche Tonleiter, die wurde so gewünscht. Ich habe da noch gar keinen Namen dafür, aber auch hier wiederum, ich baue euch alles, was ihr haben wollt. Wünsche euch alles Gute, übersteht den Sturm und die Zeit gut. Alles Gute. Bye. Bis zum nächsten Mal.